Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen auf MrOzbrowsChannel. Ich konnte die anderen tatsächlich überzeugen, dass wir zusammen aufnehmen bzw. ich habe heute nur aufgenommen. Die anderen werden vielleicht eventuell noch im Nachgang auch mit dazu kommen und dann könnt ihr das auch auf deren Channel sehen. Alternativ bei mir seht ihr meine Perspektive. Wir haben uns auf eine kleine Tour begeben, haben einige Missionen im Challenge-Mode gespielt und auch auf schwer. Ja, im Endeffekt gibt es nicht viel zu sagen. Dabei waren Dave, das ist in-game Zipfelklatscher, Martin McDicht, besser bekannt als Martin und der André, der heißt im Spiel Tralan. Vermutlich, wenn wir noch weitere Videos machen, seht ihr die Kollegen dann auch hin und wieder. Vielleicht auch mal im Wechsel, ein paar andere Freunde von mir. Und ja, ich habe die Anmod im Nachgang aufgenommen, weil das die erste Videoserie ist, die ich mache, habe ich das ganz ehrlich einfach vergessen. Deswegen viel Spaß. Die nächsten vier Folgen widmen sich nur unserem Gruppen-Gameplay. Viel Spaß damit. Lasst uns einen Kommentar, ein Like oder auch ein Abo. Bis dann. Ciao. Und läuft. Will irgendwer eine Anmod machen? Ich glaube nicht, Tim. Ich glaube, so still ist selten hier. Ja, auf jeden Fall heute Challenge-Mode. Ich würde gerade sagen, du kannst, glaube ich, dem Dave schon nachschauen. Ich muss erst reinladen. So. Oh. Du bist jetzt in die Magik. Ich verstehe nicht. Du bist jetzt in eine safe Area. Wir müssen ein Goldticket, nicht wahr? Welcher steht denn an heute? Immer noch die Russen. Das Konsulat? Ja. Warst du noch nicht im Konsulat? André? Äh, nicht dass ich wüsste? Doch, dachte schon, warum? Ah, jetzt geht's. Weil Spiel nicht da angelogen hat. Das ist komisch, ich seh euch beide aber nicht. Ja, weil ich gerade weg musste. Ach was. Ich konnte nicht auf Challenging umstellen. Dann, let's go. Noch nicht durchlaufen? Jetzt. Wer sitzt denn da unten? Ich. Oh, das ist keine gute Idee da oben. Ich bin schon down? Ja. Ach, der Shotgun-Bob. Mach die Shotgun-Bobies nicht, Alter. Ich glaube, das machen wir gleich nochmal. Ja, offensichtlich. Äh, André? Die Blitze immer zuerst. Immer. Immer. Das sind die Shotgun-Bobies. Ich hab' gar nicht gesehen, dass der irgendwie... Das sind die Shotgun-Bobies. Ich weiß das. Ich hab' dir gestern ungefähr 35 Mal... Ich hab' dir 35 Mal gesagt, dass wir die Blitze als erstes waren. Das weiß ich. Das sind die Shotgun-Bobies. Die müssen immer zuerst dran glauben. Jetzt ist ein Blitz runter. Okay. Was? Okay, also das war jetzt bisschen... Aua! Bisschen übertrieben, wa? Geht schon ein paar Staunen wieder. Mit der Scheine kann man nicht durchschießen. Einer staunen, einer staunen. Der andere ist da. Geht von mir. Da kommt ne Rollgranate. Au. Bin genau reingelaufen. Ja, hast mich festgehalten. You and me, together will explode. Au, ja. Aaaaaah. Au. Aaaaaah. 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 Martin, kannst du mal an Stellen sterben, wo man... Wo man an kann? Dich vernünftig retten kann. Dich vernünftig retten kann. Helfen? Dö. So, dann müssen sie liegen bleiben. So. So, dann müssen sie liegen bleiben. So, dann müssen sie liegen bleiben. Ja. Ich kriege zurück, die dann die... Dierkamp. Du musst nichts machen. Tschüss. Tschüss, so Godness. Tschüss. Oh Mann. Oh Mann. Das waren gleich... Drei? Zwei oder drei? Och, nööööööö. Der Riffelmann. Hey, da. Ich mag die Rollkonnaten nicht, die sind böse. Da kommt noch eine. Alter, im Ernst? Alter, im Ernst? Alter, im Ernst? Hast du die da jetzt nicht gerätzt? Ja, ich krieg die schon gerätzt, aber die schießt halt auf mich, weißt du? Und tut halt normal weh. So wie jetzt hier, guck mal. Aua, aua, aua. Aua, aua. Oh, jetzt rallye auch noch. Aua, aua, aua. Aua, aua. Yep. Das Bildschirm gebacked ist einfach nicht hilfreich. Werft. Blitz. Zwei Stück. 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 Das ist nicht so nett Ich kann mich jeden Tag so in letzter Zeit Zwei Blitze Der ist schon drin, Schlitzballer gleich wiederum nicht Schlitzball Schnell Bist du einen Rollplanade, kannst du verhalten? Das war's. 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 Hey, 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 ich hab mir mal nicht, ich hab's immer schon nicht viel. Ich habe ihm eine gedonnert und er hat mich trotzdem umgehauen. Ich hoffe, er verschont mich jetzt. Ja, ich glaube, das waren die zwei, drei Blitze, die überhaupt da rumrennen. Dann kann David nämlich jetzt... Ich muss sagen, der André ist nicht sehr offensiv. Ja, muss ich auch nicht. Warum? Weil ich bisher nicht so oft gestoppt sind wie wir. Ja, auf der anderen Seite... Schaden... Ich verstehe das, also ich verstehe das so. Du musst ja nicht offensiv, weil wir machen das ja. Hey, das war eher auf seine Denkansätze bezogen mit Reisch. Ja, da machen wir dann hier jedes, jedes. Habe ich das je gesagt, Frau Gäste? Ja, ja. Wir drehen uns das schon, wie wir es brauchen. Achso, ja gut, dann werden wir da hin. Wie immer halt. Wir drehen immer alles, wie wir es brauchen. Deswegen funktionieren wir super. Schießen die nicht durch die Scheibe? Ja, ich würde gerne in den grünen Kreis gehen, aber nein. Der Falsche würde ich weiß. Ja, ja. Das Risiko kann ich auch nicht eingehen, weil... Dann hätte ich den Medic gefinisht. Oh, wirklich. Ah, das ist eine Vollgranate. Oh, Medic, fuck you. Voll übersehen. Hä, der Medik jetzt immer noch. Ja, ne, Alter. Ja, der Medik 2. Es ist so sinnvoll, dass man die Granaten nicht rausschmeißen kann. Ich kann durchballern, aber keine Granaten rauswerfen. Hey, ich tot. Im Serverraum wird gebaggert. Was? Er hat noch einen Millimeter. Die Server stehen in Pantharax, weißt du? Ne, das sind alles nur sinnfreie Server, die keiner mehr braucht. Aber sie laufen alle noch. Egal, wie oft du reinkommst. Da hab ich bestimmt mehr Müll drauf. Was zur Hölle die Russen tun mit all dem Prozessungs-Power? Unter normalen Umständen, wahrscheinlich spying. Ich geh mal zurück in den schönen Raum. Ich hole mir mal schon auf. Dann spielen wir noch vor. Dann spielen wir noch vor. Ich guck, ob ich mir hier nach eine neue Waffe bauen kann. Hm? Ich guck, ob ich mir hier nach eine neue Waffe bauen kann. Ach, dann auch, ja. Attention. Accessing Network. Establishing Uplink. Wir holen die Daten. Was ist das, Doktor? Es ist... Mapped RNA Files. Ich weiß nicht für was, aber es ist Chernenko's genomic Daten bei der Truckload. Agent, ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das alles. Ich brauche das, ich brauche das Ganze greife. Ich habe oft geheim. Ach, ich brauche das. Ich liebe mich, ja meine Leute. Ich bücke alles schon zusammen. Ich bin gleich aushalt, sonst werden wir mit dem grave. Ich bin gleich ein Programm auf. Ich bin gleich ein Premiochen. Ich bin gleich ein Programm auf. Ich bin gleich ein Programm. Ich bin gleich ein Programm auf. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Jetzt noch einer. Wer ist? Nein. Ja, heil rein. Was zum... Das will ich auch können. Einen umhauen, ohne dass ich mich umdrehen muss. Danke. Danke. Da kommt noch eine Welle. Und noch eine, und noch eine, und noch eine. Zumischen Blitzerrobs dabei, oder? Ja, das auch. Rein hier. Das macht wieder weh. Was? Sind wir sie denn gar nicht? Ja. 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 Wie haben Sie ihn gehalten? Was ist denn was? Wenn ich so weglauße habe... Wie lider das nicht? Das war's für heute. 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 Jetzt kommt ja noch die komische Bibliothek. Vergangenheitsform. 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 Vergangenheitsform passt natürlich auch. Vergangenheitsform. Ja. Auf die. Warte. Vergangenheitsform. 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 Vergangenzelf. Vergangenheitsform. 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 Uff, das war das Geschütz. Danke. Ich möchte noch einen Nachschlag haben. Wir haben da so einen Hausierer vor dir klärt. Ja, ich sehe es. Ich sehe den Hausierer tot. Ich war auch klein. Oh, blitz, 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 blitz. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Tot. Vollbombe. Äh, tot. Die ging an dir, die bei mir. Ja. Das sieht die Ecke, ist ganz kurz. Ich kann nämlich in die Ecke da keine Haltgranate schießen, weil, äh, äh, inwille Targets. An der Fargets. Okay. What the fuck? Ja, das ist jetzt drin. Der Alpha-Waller, das ist noch mal. Der Fargets hat sich, äh, er ist da drinnen auf. So wollte ich keine Mine abwerfen. So wollte ich nicht hinlegen. Nimm mir den Target, wenn ich so mit dem Hüssen geblieben hatte. Ach, weißt du was. Ja, ich werde klipte eben da hinten. Ja, ich werde klipte eben da hinten. Ja, ich werde klipte eben da hinten. Ja, ich werde klipte. Ja, ich werde klipte. Es hüpft da oben her. Ja, oben macht's auch nicht besser. das ist das komische schild ich kann auf der linken seite den kopf nicht rausstrecken ich hoffe er kommt ich stehe im verdammten Hut Da muss ich leider zugehen Aua Ah, äh, wat? Ja, voll an jeder Kreis nicht Hoffel Ja, bei mir ist... Ah, jetzt, ok Ja, die Kiste ist abgebrochen Also, äh, war... ausgelaufen Was über jeden Kreis, die Voller Ja, shit Bei mir auch Was, ey, crap manchmal, Alter Ack Ich hab immer noch keine Glowing Lades, das ist schon nicht cool Da musst du Schockgranaten hinwerfen, wenn wir nicht kurz aufzuschießen Gehen wir jetzt alle auf den Linken Äh, äh, das ist keine Chance Gehst du bloß alle auf einen Target Geht, ne? Geht, ne? Ich hab's halt... äh, äh... Na? Ich hab's da abhofer, ich hab's da beiratet G'schossen Oh mein Gott! Hui! Was machen die denn? Weil der Dread? Rucksack explodiert. Snipe auf das kleine rote Cache-Tip, was er hinten drauf machen könnte. Ich hab schon. Genau. Ja, es hat mich dran. Das tut ja weh. Ja. Das tut ja weh. Ja, die Stelle hier ist auch irgendwie leicht kritisch. Das ist aber schön formuliert. Coyote 1, das ist Hornet. Copy? Hornet ist Coyote 1. Copy. Hier ist nicht kritisch, einfach nur voll scheiße. Wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten. Ich bin auf meinem Weg. Hornet aus. Was? Wenn du mal überlegst, dass ich drei Aufnahmen gemacht habe, wo ich in 15 Minuten, ja die eine sogar nur 13 Minuten, durch schwer alleine durch bin. Und hier sitzt 40 Minuten seit ich aufnehme. Krass. Ich geb euch Deckung von, äh... Irgendwo. Ich stell mich hier hin. Einfach nur, weil ich da immer stehe. Okay, party. Ja, dann. Auf, gehen. Boah, wir gleich hochpacen. Hast du gesehen? Das ist aber ungeheizig. Letzte Bombe in der Mitte. Komm zu uns. Der nicht. Aua, woher? Ach komm, schau. So ein bisschen. Hast du das schon mal geheilt oder was? Guck raus. Hoi, Womme. Das ist ne feindliche. Ich dachte, die hat einer von euch eingeschoben. Ich hole ihn. Hoi, Womme. Ich kann aber nicht drauf schießen, weil der André genau auf dem Ding lag. Oh, es geht nicht. Oh, es geht nicht. Kette Hipster lag auf der Bombe. Ja. Der creepy Hipster. Okay. Was ist da? Der hat einen Raketenstand und geht. Geil. Wie das immer aussieht, wenn es sich gegenheilt. Wenn es sich gegenheilt. Scheiße. Wenn man nur sieht, der Walten da voller wird. Och, ich würde ihn gerne treffen, aber ich glaube nicht. Oswald schießt. Oh, nein. Woah, 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 woah. Blitz, 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 blitz. voltage, kaputt. Der zweite auch. Oh, komm noch zweiter, komm noch zweiter, komm noch zweiter. Oh, oh. Auf gehts. Woah, alter, gut gegenheilt. Gut, gegenheilt. Der andere rennt wieder runter. Nein! Der hat sich doch umgedreht und hat mir eine gedonnert. Komm herüber, komm herüber. Ich muss ganz kurz... Da drüben ist der komische Sniper-Bob, oder? Nein, der Dicke. Rollbomber, die kommt direkt zu mir. Nein! Nein! Ach, kass. Hier in der Ecke. Ich würde auch gerne eine Rollbomber bringen. Okay. What? Dankeschön. Beweg dich, ey. Ich komm mal zu dir rüber zum... Da hab ich nämlich auch bessere Deckung. Mit Übersicht. Danke. Ja. Da schalte sie mal einfach... ...schlübchen her? Ja. Und wie er schreit, Alter. Da ist einfach nur still. Stimmt. Ach, bitte. Sinn. Okay, eine hab ich. Wo ist der andere? Da war die Schale, Annika. Ja. Macht es alle, oder kommt da noch mal eine Welle? Die beiden wohl alle gewesen zu sein. Oh Gott. Doch noch nicht auch scheitend. Ja. Jetzt gibt es eine All-Nord-Ballett-Mocker. Jetzt gibt es eine All-Nord-Ballett-Mocker. Kannst du ihn hören? Vitali. Vitali, es ist Dr. Jessica Candle aus New York. Wir sprachen in Hamburg, nachdem ihr gesprochen habt. Ich kenne dich, und du kennst meine Arbeit. Dr. Candle! Der Psyche ist nicht groß genug für uns beide. Nein. Die brauchen wir noch nicht. Erst wenn ich wieder die Schockdampf von oben anmocke. Okay. Run! Vitali? What's going on? That was a breaching charge. Move, Agent. Accessing security system. Alert. Intercepting transmission. This is Hornet, Boss. I got Jermenko, and I pulled his notes off the server before the JTF accessed them. We're ready to extract. Good. How about our phones? They're close. Permission to engage. Entschuldigung. Let's see what the second wave is made of. Bereit? Warte. Er fragt bereit und fängt an zu schicksten. Die kommen. Eckstein, Eckstein. Alle, die ich vorstrengen soll. Andere, nicht hier rumstellen. Nicht hier rumstellen. Lauf! Einfach nur, weil... Watt? Durch den Boden? Nee, von oben. Boah! Der stand bei mir nicht oben. Oh! Lauf, Rona, Rona, Rona. Eins. Das ist ja funny. Echt durch den Boden. Alter! Zwei kommt. Jetzt einmal vorbei. Gut, alles gut. Haben denn andere noch gefinished? Oder? Ja, ja. Ich hab ihn noch. Alles gut. Ich setz mich hier auf die Count. Oh! Ein Blitzbobb... Zwei sind so. Zumindest sehe ich... Ja, die sind nicht so weit weg, wie erhofft. Steht genau ums Eck, oder? Hallo, komm doch! Oder stirbt der oben, oder stirbt der oben? Ne, der stirbt, da ne, die Kassel ist. Ja, der auch. Ne, mit Granat, ey. Kopfgeschmissen. Haio... Sniper 1, tot. Sniper 2, surprised. Keu害e, tut ich. 100% SteArten 倍� goosebumps. Öhh... A lieb. Danke. Aua! Er hat erst wenig zu sehen. Blitz! Einer Stau. Ich auch. Entschuldigung. Scheiße, Vollbombe! Gut. Okay. Andre, hebe mal den Dave auf. Direkt vor dir. Er muss mit mir reden. Ich bin der. Oh! oh Alter. Was ist denn heute los? Heute? Ich bringe ich glaub was mit. Mir lagts grade wie noch was ey. Das ist unfassbar. Die hätte mich gar nicht treffen können. Ist das Seilgeschützung oder ist das deiner? Nee, das ist der Fein. Der ist nicht der Fall. Achso, das stimmt. Sonst steht er gehackt. Wir haben keinen Griff. Aber man könnte drauf schießen. Ja, würde ich machen. Das hab ich grade versucht, deswegen bin ich tot gewesen. Oh, dann alle, alle. Ja, alle leer. Ja, alle, alle. Ja, alle. Ja, alle. Ja, alle. Ja. Autsch! Danke! Rollbombe unter mir! Musst du dich draufwerfen. Äh, hab ich gerade mehr oder weniger versucht. Einfach nur zu testen. Und sie habe mich nicht komplett aufgenommen, also hat funktioniert. Wow, 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 wow! Schicks, zwei! Aua! Mein... ... 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